So, Pupsi ist gerade mit den Kindern weg, spazieren im Regen, neue Route erstellen für Pokémon Go, hat sie gesagt. Ich weiß gar nicht, ob sie das Feature überhaupt hat. Ich möchte die Zeit nutzen und kurz noch ein kleines Unboxing machen, denn Pupsi ist komplett geisteskrank. Das muss ich euch jetzt leider so sagen, wie es ist. Die ist letztens los. Total merkwürdig hat sie gesagt. Schatz, hat sie eigentlich gesagt. Bubi, ich muss nochmal los. Frag nicht wohin, ich bin gleich wieder da. Dann war die so ein paar Stunden weg, dann kam die wieder. Was hat die mir mitgebracht? Das möchte ich euch jetzt zeigen. Das hat 400 Euro gekostet. Das ist kein Geburtstagsgeschenk, das ist kein Weihnachtsgeschenk. Das ist einfach so für zwischendurch, hat sie gesagt. Vielleicht, weil sie sieht, wie viel mir das alles bedeutet, wie viel Spaß mir das macht und dass ich mein ganzes Leben lang damit verbringe, hier lauter Scheiße zu filmen und mich im Internet zu präsentieren, hat sie gedacht, tut sie mir damit einen Gefallen. Erstmal auf dem Thumbnail möchte ich hier diese komischen Kartons mal kurz anheben und zeigen. So, das sah bescheuert aus und wir können euch kurz mal zeigen, was hier drin ist. Das habe ich mir nämlich selber bestellt. Muss ich aber in die Kamera halten. Das ist auf jeden Fall wichtig. Hier habe ich was gesehen, schon wieder von Samyang, neue Samyang-Nudeln. Guckt euch das mal an. Das ist ein richtig originales Fünfer-Paket Samyang-Nudeln. Es gibt ja Fünfer-Pakete, es gibt Vierer-Pakete. Es gibt die Fünfer, wo auch was draufsteht, was du lesen kannst und es gibt die Vierer, wo alles nur Japanisch ist, wo du kein Wort entziffern kannst. Hier siehst du aber Samyang, du siehst ganz groß Bulldug und du siehst sogar direkt die Sorte, die es ist, nämlich Yakisoba. Das finde ich richtig stark. Das ist nämlich irgendwie mit Bulldug, Mayonnaise, Soße included, Hot Chicken Flavor-Rahmen. So wie der Rest, aber statt einer typischen Samyang-Soße habt ihr hier die Samyang-Mayonnaise dabei. Ich habe die Samyang-Mayonnaise zwar schon so probiert und getestet, aber ich wusste nicht, dass es auch eine Sorte gibt, die direkt die Mayonnaise beinhaltet. Und wie die schmeckt, das werden wir auch irgendwann rausfinden. Ich finde es auf jeden Fall genial, dass das Samyang-Universum weiter wächst. Das ist eins, was ich für mich mal bestellt habe. Das kommt kurz weg. Das ist was, da kriegt Pupsi immer Post von irgendeinem Christian Reischuk. Letztens schon ein Paket bekommen von Christian Reischuk. Ich sage, was ist das schon wieder hier? Zack. Und jetzt kommt dasselbe wieder von Christian Reischuk. Da steht nämlich noch drunter, Hot Chili Pepper Imperium in Bremen. Grüße an Natururin. Kennst du in Bremen die Walderflexstraße 27? Das muss ja ein Geschäft sein. Also das ist keine Privatadresse. Das ist ein Laden. Das ist ein Geschäft. Das ist irgendwie so was ähnliches, glaube ich. Vor allem, wie macht man das auf? Hä? Okay, sind das zwei zusammengewürfelte Kartons, weil einer nicht ausgereicht hat. Ach, keine Ahnung. Pupsi ist auf jeden Fall seit letztens auf dem Trip. Die bestellt sich was, den ganzen Karton, nascht den Karton leer und dann bestellt sie direkt wieder. Und mir sagt sie immer, wir müssen mal ein bisschen sparen. Und dann bestellt sie die ganze Zeit wie eine Irre. Aber damit ich nicht rummeckere, hat sie mir ja auch was gekauft. Das seht ihr dann am Schluss. Erstmal muss ich hier das Zeug rausfrotzeln. Dann seht ihr was hier drin ist. Nämlich eine Packung. Dann habt ihr hier unten jetzt lauter so Zeug drin. Das ist voll cool, wenn der Adi das sieht. Das wird er bestimmt gleich fressen wollen. Was natürlich sehr giftig ist. Adi Schatz. Guck mal Adi. Hui. So, da kommt auch schon der Adi Schatz angelaufen. Wie ein Frägger. Adi, beruhig dich. Alles wird gut. Du kannst gucken, sonst machst du nichts. Hier kriegst du noch eine Bode als Sabbel. Denn jetzt kommt das, worum es eigentlich geht. Und zwar meine neue Kamera. Wer das nicht weiß, ich filme die ganze Zeit mit einer GoPro. Sabrina hatte damals immer die GoPro 8. Ich finde, die hat ein richtig gutes Bild gehabt. Das sah richtig stabil aus. Deswegen hatte ich mich auch entschlossen, mir auch eine GoPro zu holen. Ich habe damals gesehen, es gibt die GoPro 8. Es gibt aber auch die GoPro 9. Bei der 8 hast du hinten nur einen Bildschirm, dass du siehst, wenn du es von dir weghältst, was du filmst. Wenn du es auf dich zuhältst, hast du aber nichts gesehen, weil das zweite Display gefehlt hat. Und gerade wenn ich so da sitze und rede in die Kamera, ist es mir wichtig, dass ich noch ein Display neben der Linse habe, damit ich sehe, bin ich überhaupt im Bild. Wo bin ich, was mache ich. Guckt das Ei raus beim Schlüpfer. Das ist auf jeden Fall wichtig. Deswegen habe ich mich nicht für die 8, sondern für die 9 entschieden. Die ganze Zeit habe ich also mit der GoPro Hero Black 9 gefilmt. Jetzt hat Pupsi gesagt, beim Mediamarkt war die 11 im Angebot für 400 Euro. Dann ist sie losgegangen und hat jetzt die GoPro Hero 11 Black gekauft. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ich will gar nicht drüber nachdenken. Die Gestik, wie kommt man dazu? Ich meine, meine Kamera geht doch. Die Kamera geht, die Kamera funktioniert. Mit der Kamera mache ich alles. Ich liebe diese Kamera. Aber das ist der Nachfolger. Vom Nachfolger, das ist nicht die 10, das ist die 11, ist die aber deutlich besser. Merkt man überhaupt einen Unterschied? Das ist die Frage der Fragen, die ich mir stelle. Sie hat halt gesagt, pack die bald mal aus. Probier die auch mal bald aus. Nicht, dass sie nicht geht oder irgendwas damit ist. Weil in zwei Wochen kann man es noch zurückgeben. Denn mein Problem ist, die GoPro 9, die ich habe, Die kann man auch als Webcam benutzen. Habe ich noch nie gemacht. Weiß gar nicht wie. Die kann Zeitlupen aufnehmen. Slow Mode. Habe ich noch nie gemacht. Weiß gar nicht wie. Super Timelapse Modus. Nie gemacht. Die nimmt auf in 4K. Die nimmt auf in 5K. Ich habe nicht mal 2,7K. Weil ich nehme immer nur in Full HD auf. Weil mein PC sonst überfordert ist und ich nicht schneiden kann, dann filme ich mir der Kamera schon schlechteres Bild, als sie eigentlich bieten könnte. Die kann auch wieder noch mehr und ist noch besser und noch krasser. Was das Problem ist. Wenn diese guten Aufnahmen bei mir gar nicht funktionieren, weil ich die nicht verarbeiten kann, dann bringt mir das ja nichts, dass die Kamera so gut ist und so fette Sachen hat. Das heißt, selbst mit der GoPro 1000 könntest du nur in ganz normalem Full HD aufnehmen und du merkst wahrscheinlich einfach gar keinen Unterschied. Ansonsten hat ihr wieder 2 Displays. Hier steht dann halt eine 11 an der Seite drauf und da einen 9 stand. Hier ist ein Vorder- und ein Rück-Display. Hier stehen Fakten drauf, wie... Was steht denn da? 27 Megapixel Kamera, dann also Foto, dann Kamera sonst 5,3K mit 60 FPS plus 4K 120 FPS, 2,7K 240 FPS, Voice Control, die kannst du mit der Stimme steuern, Waterproof, 10 Meter Wassertiefe, dicht, 8x Slow-Mo, Data Overlays, Time Warp 3.0, was ich noch nie genutzt habe, 1080p Live-Streaming. Wie denn? Supershot plus HDR plus RAW-Fotos, GB2-Prozessor, Webcam Mode und Mod Ready, Hyper Smooth Stabilization 5.0. Wie macht man das jetzt auf? Hier unten ist leider so eine Lasche, die du so einfach aufziehst. Dann ist leider der ganze Karton futsch, weil du kannst den ja nicht einfach wieder zuklappen. Da ist leider keine Lasche dran. Das Ding ist dann futsch. Das musst du so, wie es ist, lassen. Bei der neuen war auch so ein schönes Case dabei, so ein Koffer, wo die drin liegt. Das fand ich auf jeden Fall toll. Kannst du dann aufklappen. Hast hier Bedienungsanleitungen dabei. Hast hier natürlich ein Datenkabel dabei, was ich immer brauche, um die Kamera dann anzuschließen, an den PC die Sachen rüberzuziehen. Hast hier so einen Schlitten, den kannst du irgendwo dran kleben, auf dem Helm kleben. Zum Beispiel, wenn du einen Sturzhelm hast, klebst du dir das da hin. Kannst du die Kamera dann an deinen Kopf machen, dass wenn du mit dem Fahrrad durchs Gelände bretterst und stürzt, dass man sieht, wie du gestürzt bist. Dann hast du natürlich hier noch diese Penisschraube. Die ist auch wichtig, falls du irgendwas da noch anbringen möchtest. Du hast hier drüben nochmal einen Akku. Du hast hier drüben nochmal das. Das brauchst du ja, die Halterung zum Anbringen. Hier also in dem Pub ist ein Akku drin. Das ist interessant. Der ist weiß. Hey, was fummelst du da rum? Der ist weiß. Die bei der GoPro 9 sind alle blau. Wo der weiß ist, da steht alles, was hier weiß ist, in dem anderen mit blau. Die GoPro 9 ist an der Seite, aber das Logo weiß. Und bei der GoPro 11 ist das Logo aber blau. Hä? Der Akku weiß, das Logo blau. Beim anderen das Logo blau. Ne, scheiße. Jetzt habe ich mich vertan. Und das ist dann die Kamera, wenn wir die hier rausnehmen. Einmal so, bitte. Panzertape ist schon bestellt. Jetzt habt ihr hier diesen kleinen Kasten mit Papier drum, wo ihr das Papier dann abmachen könnt. Und dann habt ihr einfach hier diese kleine GoPro-Kamera. Hier muss, das ist ja festgeklebt, wer macht denn sowas? Machen wir mal hier. Die Linse ist am Start. Hinten das große Display ist am Start. Da guckst du drauf, was du filmst. Hier kriege ich es hoffentlich auch ab. Ist dein Selfie-Display, das du siehst, wenn du dich selber filmst. Und das meine ich, das GoPro hier steht da in blau. Und auch hier am Rand die 11, weil es die Hero 11 ist, in blau. Bei der 9 ist das hier weiß. Und hier vorne die Schrift ist auch weiß. Bei der 9 sind die Akkus aber blau. Hier sind die Akkus weiß und die Schrift ist blau. Ich glaube, ich habe genug geredet. Hat genau dieselbe Größe wie die andere. Jetzt könnte man sagen, ich brauche die 9 nicht mehr, wenn ich die 11 habe. Ob jemand aus der Community, der schon immer selber Videos machen wollte oder vielleicht sogar die ganze Zeit schon Videos macht und eine bessere Kamera sucht oder mal eine Action-Kamera, könnte fragen, Ramses, kann ich dir die abkaufen für einen kleinen Obolus? Da muss ich nicht 300 Euro bezahlen für die 9, sondern vielleicht nur 100 Euro und das ist ein Schnapper. Oder ich behalte einfach beide. Wer weiß, für was es noch nötig ist, gut ist. Wenn ich wirklich mal ein Unboxing mache und filme mein Gesicht und filme meine Hände, aber mit denen kannst du ja eigentlich nicht so Nahaufnahmen machen, weil wenn du rangehst, ist ja alles unscharf. Vielleicht liegt es aber auch nur an der Superview, ich weiß es nicht. Pupsi ist auf jeden Fall los und hat für 400 Euro frühs, heimlich, still und leise, einfach diese GoPro Hero Black 11 gekauft und das ist richtig krass. Die muss ich jetzt nur mal ausprobieren. Vielleicht traue ich mich mal eine Stufe höher, auch auf 2,7K, vielleicht auch auf 4K, um zu gucken, ob das wirklich schneidbar ist und dann haben wir bald bessere Qualität. Vielleicht ist das Mikrofon auch ein bisschen besser. Das fand ich immer ein bisschen dumpf. Vielleicht ist das noch besser. Es muss auf jeden Fall ein Unterschied da sein, sonst wäre das irgendwie komisch, dass die Kamera genau dieselbe ist. So, das war das Unboxing. Das ist meine neue Kamera. Ich weiß nicht, wann das erste Video damit kommt, was ich damit überhaupt mache. Das werdet ihr vielleicht sehen, vielleicht merkt ihr das aber auch nicht. Wenn, dann werde ich es bestimmt dazu sagen, wenn ich was damit mache. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out for out. Euer Ramses. Und euer Adi-Schatz. Alles Gute. Adi-Schatz. Alles Gute. So. 31 Prozent. Seinend.